Guten Tag. Hä? Guten Tag. Tag? Ich sagte, ach vergessen Sie es, können Sie sich ausweisen? Ausweisen? Aus Deutschland? Nein, haben Sie die Fahrzeugpapiere und den Führerschein dabei? Führer. 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 Nein, ich möchte doch nur den Führerschein sehen. Den Führerschein. Die Fahrerlaubnis. Na, Sie wissen schon. Na, 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 Nazi. 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 Hilfe. Führer. Anders. Nazi. Hilfe. Hilfe. Mensch, nicht Nazi. Ich sagte Nazi. Ah, ich lasse gerade aus. Rassist. 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 Nein, das ist ein Irrtum. Ach, aber wissen Sie was? Fahren Sie einfach weiter. Aber geben Sie in Zukunft nicht so viel Gas. Geil! Wenn man man das doch macht. Das kann so laut sagen. Aber ich muss diesen Scheiß durchziehen, wenn ich meinen Führerschein zurückkriege.